Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die neuen Platzhalter Smart Chips in Google Docs vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch immer die neuesten Update-Videos zu Google Docs, Google Sheets oder Google Slides. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In vorangegangenen Tutorials habe ich dir ja schon einige Male die Smart Chips oder auch neue Smart Chips vorgestellt. Und das sind ja wirklich sehr coole Funktionen in Google Docs. Aber jetzt gibt es auch Platzhalter Smart Chips. Und die findest du unter dem Einfügenmenü, dem Punkt Smart Chips und dann Platzhalter Smart Chips. Und hier kannst du dann dementsprechend genauso deinen Datum-Chip, Person-Chip, Datei-Chip, Kalender-Termin-Chip, Ort-Chip etc. einfügen. Aber der Unterschied ist jetzt im Gegensatz zu den normalen Chips, wo ich jetzt zum Beispiel bei einem Ort, zum Beispiel München Hauptbahnhof suche und dann den Ort als Chip direkt über Google Maps hier drin verlinkt habe, kann ich bei einem Platzhalter-Chip, wie der Name es schon sagt, eine Art Platzhalter einfügen. Das heißt, ich habe hier nur einen Ort quasi eingefügt, aber der Chip ist trotzdem schon im Dokument drin. Und das heißt, ich kann jetzt diesen Platzhalter nutzen. Er hält quasi sozusagen einen Platz frei für einen Smart Chip. Und jetzt könnte ich hier nach München Hauptbahnhof suchen, wenn ich dann das F auf der Tastatur treffe. So, und dann habe ich hier eben München Hauptbahnhof erst eingefügt als Ort. Und das ist, wie ich finde, ziemlich cool, weil so könnt ihr quasi Vorlagen erstellen für eure Dokumente. Das heißt, wenn ihr immer in einem Dokument einen Ort-Chip benötigt, einen Platzhalter für ein Datum, für eine Datei, eine Person, einen Kalender-Termin, dann könnt ihr das einfach schon vorbereiten als Dokument, diese Platzhalter einfügen. Und dann könnt ihr das einfach ausfüllen, sobald ihr von dem Dokument zum Beispiel eine Kopie erstellt und das dann eben dementsprechend nutzt. Und so funktioniert das auch mit allen anderen vier Chips in Google Docs. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich coole neue Funktion von Google Docs. Momentan gibt es das Ganze noch nicht bei Google Sheets. Smart Chips gibt es auch noch gar nicht bei Google Slides. Da warte ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten drauf. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Ganze dann auch zeitnah in Google Sheets verfügbar sein wird. Ansonsten war es das mit dem Tutorial und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.